Als Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer begegnen wir SWARCO jeden Tag ohne es zu wissen. Deswegen gibt es die SWARCO Traffic World, in der man moderne, komplexe Verkehrstechnologien hautnah erfahren kann. Der Blick in die Ampel, was ist LED-Technologie, wo ist die Energieeffizienz, wie funktioniert Software, all das erleben unsere Besucher hier in der SWARCO Traffic World. Wir haben hier einen rund 17 Meter langen, 9 Meter breiten Raum und unsere große Herausforderung bei Media Squad Wars, diesen großen Raum, diese große Fläche der SWARCO Traffic World mit Inhalt zu füllen. Und das Ganze mit Hilfe der Augmented Reality Technologie quasi direkt in die Realität wie ein Hologramm eingeblendet. Was wir hier perfekt zeigen können, ist die User Channel von Tim. Tim ist auf dem Weg von zu Hause in die Arbeit. Tim bekommt auf diesem Weg über unsere Systeme die Information ins Auto, dass es einen Unfall auf der Strecke gegeben hat und er auf den öffentlichen Verkehr umsteigen soll. Er bucht sein Ticket direkt auf seinem Handy über unser System, nimmt den Bus, fährt zwei Stationen, nimmt sich dann ein Citybike, das er ebenfalls über ein System gebucht hat und fährt die letzte Meile mit dem Fahrrad in die Arbeit. Tim kommt somit überpünktlich in der Arbeit an, dank unserer Systeme, die das multimodale Reiseerlebnis möglich machen, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln so möglichst schnell, wie es geht, ans Ziel zu kommen. Wir freuen uns, wenn Sie anschließend mit dem Aha-Effekt nach Hause gehen und wissen, das habe ich von SWACO vorher nicht gewusst. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR